Don John hier, heute geht es um das Thema, was soll ich überhaupt auf dem Date mit der Frau reden? Und diese Frage bekomme ich ständig gestellt und ich habe mir die Frage ehrlich gesagt früher auch gestellt, als ich angefangen habe Frauen aufzureißen und diese Frage ist aber komplett falsch. Es gibt Leute, die dir sagen, hey du musst über dieses und jenes und das Thema reden und vermeide am besten die Themen X, Y und Z. Aber das rührt alles aus einem falschen Mindset heraus, denn ich stelle mir immer die Frage und den Coaching-Teilnehmern, überleg dir nicht über was sollst du mit der Frau reden, sondern über was willst du mit der Frau reden? Und wenn du das machst, wirst du komplett andere Dates haben, komplett andere Date-Inhalte und du wirst merken, das Date an sich wird auch viel interessanter sein. Denn wenn du dich mit der Frage beschäftigst, was soll ich auf dem Date reden, dann bist du genauso wie alle anderen Typen auch, die die Frau datet und das zeichnet dich nicht großartig aus. Du wirst nämlich mit dieser Frage, das impliziert, dass du die Frau beeindrucken willst. Ich sage immer, du sollst dich ausdrücken, Ausdruck schaffen statt Eindruck schinden. Aber wenn du dir überlegst, was soll ich auf dem Date sagen, über was soll ich reden, anstatt, wenn du darüber nachdenkst, über was will ich mit der Frau reden, es sind zwei komplett verschiedene Welten. Wenn du mit der Einstellung in das Date reingehst, ich muss die Frau imponieren, ich muss sie von mir überzeugen, dann wirst du automatisch bedürftig sein, denn du redest nur über Themen, du spielst sicher, du willst die Frau nicht verkraulen, du willst sie nicht verärgern, du redest nur über Themen, wo du denkst, das ist okay, darüber soll ich reden, darüber kann ich sie verführen. Aber wenn du sie so versuchst zu verführen, wird das einfach nicht richtig funktionieren, weil die Frau wird auch ein bisschen gelangweilt sein und die Frauen haben ein sehr feines Gespür dafür, wenn du sie versuchst zu beeindrucken. Und die allermeisten Männer, das Erste, was sie machen, wenn sie eine Frau kennenlernen, ist, die prahlen über ihren Job und sagen, was sie alles erreicht haben und wie toll sie sind und was sie alles geleistet haben. Und das haben ja auch schon viele Frauen erzählt, die haben gesagt, ach, die Männer, die machen das immer so, dass sie einfach erstmal von sich erzählen und sie lassen sie erstmal reden und sie wissen genau, dass sie sie einfach ein bisschen Eindruck schinden wollen. Eine typische Pfau, der mit seinen Federn schwingt, um die Frau zu imponieren. Wenn du stattdessen, so wie ich das machst, einfach Freestyle, du redest über das, was du reden willst, dann bist du auch viel mehr im Moment mit der Frau, denn du konzentrierst dich nicht mehr, was soll ich sagen, wie wirke ich gerade auf der Frau, sondern du überlegst dir nicht mehr, du überlegst dir gar nichts mehr, du bist einfach im Moment, du bist im Hier und Jetzt und die Frau wird diese hundertprozentige Präsenz spüren, die wird merken, dass du da bist und die wird merken, dass du nicht etwas sagst und ihre Reaktion darauf groß Beachtung schenkst, sondern du haust die Sachen einfach raus. Zack, 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 zack. Und ich werde garantieren, da werden auch Dinge dabei sein, wo die etwas grenzwertig sein werden, wo die Frau denkt, okay, ist das jetzt nicht ein bisschen too much, aber hau es am besten raus, hau alles raus, was du raushauen kannst und du wirst sehen. Dadurch wirst du die gegenteilige Wirkung von dem erzielen, was, wenn du jetzt einfach nur, wenn du sagst, was könnte ich sagen, dann wirst du die Frau nicht imponieren, die Frau wird merken, dass du sie beeindrucken willst und sie wird einfach ein bisschen gelangweilt sein und die Anziehung wird eher sogar verschwinden und geringer werden, weil sie merkt, du versuchst sie zu beeindrucken. Wenn du hingegen einfach das raus, was du raushauen willst, wird die Anziehung steigen. Warum? Und das wird interessanter sein. Warum? Weil sie merkt, oh shit, dieser Typ ist gar nicht wie die anderen, den interessiert gar nicht, der hat gar keine Angst, der spielt nicht sicher, der riskiert es, der haut einfach alle Themen raus, die er raushauen will und das ist eine einzigartige Persönlichkeit. Das ist nicht dieser typische 0815-Typ, sondern da steckt ja ein richtiger Mensch dahinter, ein richtiger Mann und krass, so ein Date hatte ich noch nie. Und das kommt immer, wenn du dir ganz klar machst, über was willst du mit den Frauen reden. Rede, was dich beschäftigt, was dir im Kopf vorgeht, was deine Ziele sind, was deine Pläne sind, aber rede nie über Dinge, von denen du dir vorher überlegst, ja, könnte ich das sagen? Beeindruckt das die Frau, wird es sie nicht langweilen und du wirst merken, in vielen Fällen wird es die Frau viel, viel, viel spannender reden, wenn du über deine neue Magic-Kartensammlung oder deinen World of Warcraft-Charakter redest, wenn das deine Leidenschaft ist, dann rede darüber. Oder, keine Ahnung, kann sein, dass du Eisenbahnmodelle sammelst und dann denkst du dir vielleicht, soll ich darüber mit der Frau reden, interessiert sie das? Die Frauen achten nicht so sehr darauf, was du sagst, sondern in erster Linie, wie du es sagst. Und wenn du wie in der Schlaftablette redest und über Dinge redest, die dich selber nicht so sehr interessieren, über das Wetter, über sonst was, dann schwingt auch diese Emotion nicht mit. Der Vibe ist einfach etwas lower und das wirkt etwas ermüdend. Wenn du hingegen von deinen Leidenschaften sprichst, von dem, was dich ausmacht und das, was dich bewegt, dann wird das auch die Frau spüren und die wird davon angesteckt werden. Deshalb, Ausdruck schaffen statt Eindruck schinden. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig und ich will, dass du, wenn du jetzt auf Dates gehst, immer mit dieser Einstellung in die Dates reingehst und nur über Dinge redest, über die du reden willst. Und wenn zum Beispiel auch die Frau, hör natürlich dazu, was die Frau sagt, aber wenn irgendein Thema aufkommt, was sie absolut nicht interessiert, wenn sie über ihre Gucci-Taschen redet oder so, dann schneid auch hier einfach das Thema ab und wechsel einfach das Thema. Du solltest auch das Gespräch führen, sie kann gerne viel reden, das ist nicht das Problem, aber du solltest immer die Themen, über die du reden willst, bestimmen. Und wenn dich ein Thema nicht interessiert, auch wenn sie über ein Thema redet, was dich nicht interessiert, dann sei nicht so extrem freundlich und sag, oh ja, es interessiert mich und ah, auch die Gucci-Taschen. Wenn es dich nicht interessiert, dann lass es sie wissen, dass es dich nicht interessiert und wechsel einfach das Thema. Das war es von mir. Abonnieren wir immer nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Das war es von mir.